Leute, mein Tag beginnt. Es ist 4.30 Uhr in der Nacht. 4.30 Uhr, es ist noch stockdunkel draußen und ich steh auf. Ich hab eine Stunde geschlafen. Vorbei. So, wir sind jetzt fertig. Pietro und Dieter, seid ihr auch ready? Wir sind ready. Wir sind ready. Let's go zum Dreh. Okay. Ich möchte mal Backstage, kommt mal mit. Hier ist eigentlich meine Kabine, aber hier ist gerade Pietro drinne und Jen. Mach mal kurz mein Trizept einmal. Festo. Jen, sag auch mal Hallo. Hallo. Ich bin sowas von ready, aber ich glaube Stylistin, die Chefin, die hat ein bisschen Probleme mit mir. Ich will ein bisschen meinen Bauch vertuschen, weil die Frauen sollen doch denken, dass ich dünn bin. Hier ist der Pop-Titan himself. Ready? Ich bin sowieso, ich bin immer ready. Oh, stark. Jetzt genannt ist quasi die Performance Ebene. So, wir sind hier schon jetzt am Set. Da hinten sind Lichterbögens. Wir werden die Hohlkirle quasi einmal so rosé leuchten und ihr werdet jeder einmal solo auf diesem Podest performen. Also es geht so ein Doof. Oh, sehr gut. Sehr gut. Schöne! windeln! Waaah! Woh! Vita, wir sagst das? Hämmer ist die Pietro des Top! Nee!